Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Meme-Coin-Video. Ja, wir schauen uns noch einmal Meme-Bet an. Ist ja dieser Casino-Coin bzw. dieser Casino-Meme-Coin, den wir uns vor, ich glaube, drei oder vier Wochen schon mal ein bisschen genauer angeguckt haben. Wir stehen hier momentan bei einer Einnahme von 500.000 US-Dollar, was hier eingenommen wurde. Ich habe es ja damals schon gesagt, für mich das riesigst reichste Meme-Projekt, was momentan so ein bisschen hier zur Verfügung steht, weil ich einfach nicht so dieser Casino-Fan bin. Und auch die ganzen Tokenomics und sowas, schwierig, schwierig, schwierig. Also man sieht es auch ein bisschen, muss man ehrlicherweise sagen, so an den Einnahmen. Ich glaube, da hat sich nicht wirklich viel getan, auch wenn wir jetzt schon wieder in der nächsten Pre-Sale-Preiserhöhung hier reingekommen sind. Trotzdem wollte ich euch das Ding nochmal vorstellen, einfach bevor hier manche Leute sagen, ey, es gibt kein Update mehr, doch, es gibt noch ein Update. Nur, ich bin hier etwas vorsichtiger, was das Ding anbelangt. Wie gesagt, wir haben ja hier auch am wenigsten von allen drei oder vier Projekten, die wir mittlerweile vorgestellt haben, haben wir hier investiert. Ich bin kein wirklicher Fan von Casino, ich bin kein wirklicher Fan von Sportwetten und ich weiß nicht, ob sich das wirklich durchsetzen sollte. Hier steht mittlerweile Meme-Bet-Wirt-Partner mit Argentinien. Ich weiß jetzt nicht, ob damals nicht sogar da stand, Meme-Bet ist Partner von Argentinien, also von argentinischen Nationalmannschaft. Also da ein bisschen vorsichtig sein. Die Roadmap ist natürlich klar, Startvorverkauf, Verträge werden implementiert, Webcasino etc. pp. Stufe 2, Sportwetten-Start. Also da bin ich mal gespannt, was da dann noch folgt. Trotzdem das gleiche Spiel wie bei allen anderen Meme-Coins gilt hier natürlich auch. Kaufen, sobald der Sale losgeht, beziehungsweise sobald das Listing losgeht, sofort wieder verkaufen. Mehr nicht. Sollte da wirklich mal ein Casino kommen, können wir uns das gerne mal angucken. Aber ich bin dabei sowas sehr, sehr vorsichtig, weil bisher alle Casinos gescheitert sind. Und was man hier auch sagen muss, 70% geht im Presale raus, 10% für die Liquidität, 20% sind Casino-Premium. Also Tokenomics ist auch nicht unbedingt die besten, würde ich jetzt einfach mal sagen. Es gibt hier aber trotzdem noch so ein kleines Giveaway, das gab es damals eben noch nicht. 10.000 Dollar Giveaway, wenn du denen auf X folgst, repostest, Telegram, YouTube. Finde ich eigentlich ganz lustig, kann man vielleicht machen, einfach so aus Jux und Hollerei, diese 5 Dinger. Und vielleicht gewinnt man dann im Endeffekt noch 10.000 Dollar. Wollte ich euch nur nochmal zeigen. Ansonsten, ja, wirklich nur reingehen. Ihr wisst, es ist Spielgeld, es ist jetzt hier kein Mega-Invest und sowas. Da würde ich eher bei Bitcoin und sowas bleiben. Trotzdem, Meme-Bet wollte ich euch jetzt hier nochmal ganz kurz in diesem Video vorstellen. Ich habe nicht weiter eingekauft. Es bleibt dabei bei den Einkäufen, wie ich es das letzte Mal gesagt habe. Ihr könnt weiterhin das hier mit Ethereum, USCT, BMW oder Polygon kaufen. Da muss ich aber auch dazu sagen, ist so vom Kaufen her hier, glaube ich, sogar das Einfachste. Im Gegensatz zu den anderen, aber trotzdem. An sich hat sich hier nichts geändert. Es ist weiterhin eine Meme-Plattform, beziehungsweise hier Sportwetten. Ich finde es schwierig. Trotzdem wollte ich es euch nochmal vorstellen. Gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon haltet. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns zum nächsten Video wieder. Das war es von mir. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.